Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Wir müssen auch unbedingt da in den Dschungel mit rein. Ich kann mir vorstellen, dass das richtig geil wird mit den Robotern, die da rumlaufen. Alter, was für ein schöner See. Okay, ich bin mir zwar nicht ganz sicher, ob diese kleine Pfütze es wirklich wert ist, hier Boote zu bauen, aber okay. Hallo. Ja, so sieht es auch aus. Wie alt bist du? 17? Einen wunderschönen guten Gästern. Ich hab dich schon erwartet, Aloy. Du willst sicher antworten. Tja, es ist nicht kompliziert. Wir sammeln Wertgegenstände von Leuten, die sie nicht brauchen, verkaufen sie und geben die Scherben den Armen in Sonnenfall. Mhm. Ja. Den Armen in Sonnenfall. Na, klar. Wer genau bekommt die Scherben in Sonnenfall? Nicht die Bastarde in der Festung. Mit den Scherben verschaffen wir den Armen in Schattenhang Nahrung und Verbandszeug. Mhm. Sie gingen nur nach Westen, weil sie mussten. Glaub mir, ich weiß es. Meine Frau wurde an einige Diener gekettet und mit ihnen weggeführt. Sie verhungerten. In ihren Ketten. Das... Das tut mir leid. Ja, mir auch. Weißt du... ...seine komische Weste. Diese rote, vermutlich aus Seide hergestellte Weste. Die kann er natürlich nicht verkaufen und dann hier den Bedürftigen spenden oder so. Nein, nein. Das muss er schon tragen, weil er muss ja hier... Er muss ja edel aussehen, weißt du? Du meinst, ihr stehlt? Wenn du es so nennen willst. Von Schweinen, die schon seit Generationen am Futtertrog stehen. Ravan wirkte auf mich nicht wie ein Schwein. Er stinkt wie die ganze Bande. Nach Geld und Zufriedenheit. Und die Unterschicht leidet. Mhm. Schwert? Fragezeichen? Wo ist das Schwert jetzt? Sicher. Hab's noch nicht verkauft. Das ist sicher. Ja, kein Problem. Hab ja wohl... Was soll ich jetzt tun? Weggehen? Ich hatte gehofft, du hilfst uns. Das heißt, du liest Spuren wie ein Pirscher. Tja, mein Partner Nazan ist bei der Brandküste verschwunden. Er wollte nach Sonnenfall. Mit einer ganzen Ladung Lebensmittel. Wenn du die findest, würdest du vielen helfen. Ich... Überleg's mir. Aber nur, wenn du Ravan das Schwert zurückgibst. Ich wusste, dass du das sagen würdest. Gut, er kriegt das blöde Schwert. Geht doch. Nazan sollte seinen Kontakt bei einer Feuerstelle an der Gabelung bei der Brandküste treffen. Such dort nach ihm. Aber, Vorsicht. Dort sind viele Maschinen und viele Schatten-Karja. Und zwar nicht die Bedürftigen, sondern die Peiniger. Ja, na klar. Die Sonne wirft keine Schatten. Weiße Worte. Die Worte sind übrigens nicht mehr ganz so weise, wenn jeder zweite Einwohner sie von sich gibt. Versteh die Leute nicht. Warte mal, 1560 Meter. Kann ich da nicht irgendwie... Oh Gott. Oh Gott, das ist genau die Region. Das ist diese Drecksregion. Okay, wird lustig. Das heißt, ich kriege wahrscheinlich mal wieder total aufs Maul. Ist Nazan nicht ein Nasenspray gegen Schnupfen? Ja, das macht natürlich in der Wüste durchaus Sinn, weil Nasenspray bei Sand, den du in der... Ähm... Ja, okay. Ich gehe den Trottel suchen. Halt, speichern. Und ich muss unbedingt wieder Heilkräuter... Äh... Ja, nicht nur Heilkräuter. Ich brauche auch... Die... Die Tränke. Kann ich die nicht selber brauen? Also ich meine, ja klar kann man sowas selber brauen, aber... Habe ich auch das nötige Zeug dafür? Äh... Sonnheitstränke. Nein, habe ich nicht. Ich brauche Fleisch. Oh, aber nicht viel Fleisch. Und einen Stärkungstrank. Gönne ich mir mal einen davon. Reichhaltiges Fleisch. Okay. Okay, 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 okay. Wir suchen kurz nach irgendeinem Tier. Hier laufen doch immer überall irgendwelche Tiere rum. Theoretisch zumindest. Ja, oder heute wohl mal nicht. Hm, etwas Vorrat. Was ist denn das für eine komische Anlage da oben? Ey, weit und breit kein Viech, ne? Das sind aber schon die ersten Patrouillen, glaube ich. Okay. Dann eben ohne Gesundheitstrank. Wir speichern hier erstmal. Untersuche den Lager. Was für ein Lager? Äh, ich sehe hier kein Lager. Ich sehe hier nur ein Lagerfeuer. Ja, wo werden sie wohl hinführen? Hm, keine Ahnung. Hä? Ruckelte es gerade? Es sah gerade so aus, als würde das Ganze in OBS drüben ruckeln. Ja, Tatsache, ein bisschen. Warum? Moment. Muss hier gucken. Hardware-Auslastung ist okay. Ist bei 50 Prozent. Dafür, dass das Ding gerade gestreamt und aufgezeichnet wird. Eigentlich lächerlich. Okay. Ich bin nicht da. Da hinten am Horizont ist was viel Größeres. Alter, was auch immer das da hinten ist am Horizont, ne? Es ist größer als ein Säbelzauntiger. Was könnte mein Tier lieber Blut? Alter. Wir schauen mal, dass wir uns hier wegschleichen. Ihr seht mich nicht. Aber die sehen mich. Cool. Ja, ganz gut. Soll ich mich da jetzt reinschnetzeln oder was? Ich glaube, das gehe ich jetzt lieber langsam und vorsichtig an. Ich glaube, das ist nicht so clever, wenn ich da jetzt mit großen Getöse reingehe. Machen wir wieder ganz leise. Wir suchen einen zweiten Eingang und da schleicht jemand rum. Das macht's mir natürlich einfach, ne? Dadurch, dass die Trottel da draußen von den Maschinen attackiert werden und die jetzt zur Hilfe eilen. Nice. Ich glaube, die ganze Basis ist leer. Nice. Schön. Trotzdem vorsichtshalber scannen. Nee, nee, da oben sind noch welche. Okay, alles klar. Kein Problem. Halt dich doch fest, Frau. Niemand hat der Trottel-Scheinchen. Sie haben Nassan also erwischt. Er braucht Hilfe. Versuchen wir es nochmal. Ach, du Scheiße. Nur eine Frage, denn du wirkst etwas geschwächt. Scheiße, die anderen Typen kommen zurück. Was wolltest du bei der Weg-Gamilu? Es war ein Picknick. Mit deiner Mutter. Ich glaube, er will deine Gefühle verletzen. Nur eine Fleischwunde. Warum kannst du nicht einfach sterben, du Affe? Möge das den Feind aufspießen. Ah, fuck. Ist sie noch hier? Ich hab mir was gebrochen. Ja, ein Pfeil im Kopf. Stell dich dem Urteil ja sonst. Was ist denn das für eine Waffe? Alter! Boah, übel. Hä? Jetzt bin ich auf einmal hier oben und keiner hat mich gesehen. Okay. Nur eine Frage, denn du wirkst etwas geschwächt. Was wolltest du bei der Weg-Gabelung? Es war ein Picknick. Mit deiner Mutter. Ich glaube, er will deine Gefühle verletzen. Klappt nicht. Meine Mutter liebt ein schönes Picknick. Wie auch immer. Das bringt doch alles nichts. Das ist okay. Ich breche ihm gerne ein paar Knochen. Wie viele wir ihm wohl brechen müssen, damit er redet. Ein harter Hund. Vielleicht sieben. Okay. Ich nehme die Wetten an. Hm? Ja, dann nimm mal Wetten an. Dann mal los. Nein, du hast nichts gesehen. Ach, komm. Ja, klar. Als ob. Als ob. Oh Gott. Weil der eine Typ ist... Also wirklich, ne? Schleichsystem haut zu. Halt auf, ihr Raster! Ich werde nicht sterben. Doch, wirst du. Ich bin getroffen. Nur ein bisschen Wut. Ich bin erledigt. Oh, 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 oh. Ha, nice. Headshot. Der stirbt bei nem Headshot. Die anderen nicht. Ja, klar. Ne schöne Purk habt ihr hier. Ja, ey. Hetzte wohl gern. Von wegen Todesstoß, Junge. Nicht mit mir. Ach so. Einfach weitergehen. Der sieht das jetzt nicht. Der andere Typ hat durch ne Mauer hindurch gesehen, wo ich bin. Und der da hat freie Sicht auf mich, aber sieht mich jetzt nicht. Die Logik von den Gegnern werde ich, glaube ich, nicht verstehen. Wer hat gesessen? Ist der jetzt weggelaufen, ne? Nee, klar. Ha. Was ich hier interessant finde, ist die Tatsache, dass die anderen Wachen unten das noch gar nicht geschnallt haben. So, guter Mann. Ein bisschen mehr als ein Händedruck, würde ich sagen. Warte mal, die leben vor allem noch alle da unten, ne? Okay, er will auf die Mauer. Alles klar, gut. Ähm. Das hätte ich ganz gerne. Warte. Ich komm gleich... Ach, verdammt. Ich kann das gar nicht mitnehmen, oder? Ach, der macht das genauso wie sie. Okay. Geil. Alter, wie ich das in den Händen brennen muss, oder? Das machst du, glaube ich, kein zweites Mal. Zumindest nicht ohne Handschuhe. Ja, und du? Kim Dief hat mir von euch erzählt. Ist die Lieferung verloren? Nein. Ich hab sie versteckt. Es gibt viele Hungrige in Sonnenfall, die sich drüber freuen. Gut. Jetzt hör zu. Wenn du wieder in Meridian bist, sprich mit dem adeligen Ravan. Sei ehrlich zu ihm. Dann hilft er dir. Einen adeligen anbetteln? Ach. Aber ich kann dir die Bitte wohl nicht abschlagen. Doch zuerst muss ich nach Sonnenfall. Mach's gut. Sagte er und setzte sich hin. Cool. Kehre zu Ravan zurück. Ja. Aber ich habe jetzt immer noch nicht gefunden, was ich eigentlich finden wollte. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man im Spiel anders angelt. Aber ich will den Fisch haben. Sieht mir aus wie ein weiterer Fisch. Ich bräuchte mal die anderen Viecher. Ich glaube, dazu müssen wir in den Dschungel rein. Oh, da ist ein Truthahn. Perfekt. Ich brauche einen Truthahn. Und ein Hase. Okay, ich habe keine Ahnung, ob ich einen Hasen brauche. Aber ich nehme den jetzt einfach mit wegen dem Fleisch. Ich dachte, hier draußen rennt sowas nicht rum. Aber scheinbar doch. Und schön, wie sie überhaupt nicht von der Strömung mitgerissen wird. Finde ich praktisch. Scheint eine gute Schwimmerin zu sein. Reichhaltiges Fleisch, fettes Fleisch. Äh, das ist aber nicht so das, was ich eigentlich gesucht hätte, ne? Ich brauche Truthahn-Haut. Was bist du denn? Eine Ratte. Ich werde nicht anfangen, Ratten zu jagen. Boah, und dann im See müssen wir aufpassen. Ich glaube, hier sind wieder diese dämlichen Krokodile unterwegs. Ich habe es bisher noch nicht geschafft, so einen Kampf zu überleben. Geschweige denn, so einen Krokodil auch mal zu killen. Und es herrscht schon wieder ein Sandsturm. Was machen die denn da drüben? Das ist wieder ein Truthahn. Ich versuche, den mal anzuzünden. Das sah jetzt ein bisschen brutaler aus, als erwartet. Truthahn-Knochen. Okay. Herstellung. Tragik-Kapazität. Ah ja, hier, guck mal. Da können wir doch den Seilwerfer vergrößern. Ich wollte aber eigentlich... Okay, warte. Wir brauchen... Modifikationsbeutel. Fuchs-Knochen. Was? Ich muss einen Fuchs abschlachten. Nein! Warum? Brauche ich aber problemlos hier... Nein, da wollte ich nicht hin. Machen wir hier mal den Seilwerfer. Und dann holen wir uns einfach noch ein bisschen mehr Fleisch. Ich werde nicht anfangen, Ratten aufzuspießen. Und... Da sind halt gleich drei von den Viechern. Hoffentlich sehen die mich nicht. Was? Ich habe doch die Brandwelle abgewählt. Ob die hier hochkommen? Ob ich die von hier aus snipern kann? Was habt ihr eigentlich für eine Schwäche? Feuer, Stärke, Eis. Okay. Mein Fuchs! Ja, das ist jetzt natürlich bitter, ne? Also... Ach Gott. Und ich lasse mich natürlich darauf ein. Was hat der gesagt? Fuchsknochen. Das heißt, ich brauche eigentlich Flammen. Ich habe keine... Scheiße. Ich habe keine Brandpfeile mehr. Bitte bemerkt mich nicht. Ich bin gar nicht da. Alter, da hinten ist ein Stein eingeschlagen. Oh oh. Oh oh. Oh nein. Geh weg. Geh weg. Okay, schlecht. Ganz schlecht. Richtig schlecht. Beschissen. Jetzt sind da hinten noch mehr. Ach, hör mir auf. Fuck, was mache ich denn jetzt? Kann ich gegen den einen kämpfen oder hat er die anderen angelockt? Na, der ist wieder bei den anderen. Okay, okay. Alles gut. Alles gut. Und das nur wegen einem Fuchs. Na, super. Da haben wir noch mehr von den Zeitgenossen. Bitte geh woanders hin. Guck woanders hin. Ich habe irgendwie auch den Eindruck, die lassen sich nicht so leicht mit Hilfe von Steinen verarschen. Aber wir können sie mal testen. Toll. Ich fühle mich total sicher. Ich fühle mich total sicher. Nee, ich habe keine Angst. Ich habe auch keinen Stress oder so. Alles gut. Was ist denn das jetzt schon wieder? Ach Gott, wieder grau habe ich der. Och nö. Gott, wie viele von den Viechern es hier gibt. Ich will doch nur irgendwelche Füchse jagen. Und natürlich sind genau da hinten Füchse. Was soll's. Let's go. Let's go. Die werden mich schon nicht sehen. Ich meine, die können ja bloß fliegen und so. Die sehen ja alles von oben. Wo ist der andere? Wo ist der andere? Da waren zwei. Ich hoffe, ich kann mich da jetzt ungesehen hinschleichen und den ausbeuten. Ich will ihn erst mal nicht mehr machen. Scheiße. Ah, Scheiße. Hat super funktioniert. Lauf, Eloi. Nimm de Fuße in die Hand. Dass diese Habicht aber auch immer gleich super aggro sein müssen, ne? Ach, und ihr da drüben auch? Ja, na klar. Ach, nö. Nö, bitte nicht. Oh, bitte nicht. Also, jetzt noch Säbelzahntiger. Nein. Ne, das sind Verwüster, keine Säbelzähne. Okay. Ja, und dafür kommen die zwei Großen zu mir. Na, natürlich. Der guckt schon so angriffslustig, ne? Ach, Sägezahn heißen die, nicht Säbelzahn. Ich bin auch so doof, oder? Aber diesen komischen Stürmer haben wir jetzt immer noch nicht. Verwüster, Verderber, Grau habe ich, klar. Schnappmaul, sonst habe ich noch nicht getötet. Kommt aber noch. Sturmvogel. Beute, Lohe, Kühlsaft, Echolohe. Kristallgeflecht. Okay, Sturmvogel, Sturmvogelherz, Sturmvogellinse. Ne, das ist, das ist der Sao nicht. Das heißt, ein paar Viecher fehlen mir noch. So, trotzdem, hier muss doch irgendwo, was ist das denn, Haifisch oder was? Forelle. Hier müssen doch noch irgendwo Füchse unterwegs sein. Oh, da ist nämlich kein mit. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Jupp. Ich sehe weit und breit keine Wüchse. Echt. Traurig. Ach Gott. Ich glaube, da sind wir einfach im falschen Jagdgebiet. Komm, wir geben einfach mal kurz die Quest ab. Bevor ich heute noch fünfmal sterbe. Oder dass es noch drei Jahre dauert. Aua. Und eigentlich könnte man dann auch wieder Feierabend machen. Also, heute mache ich keinen zehn Stunden Stream. Das wäre, glaube ich, zu viel. Einmal speichern, bitte. So, ich bin gespannt, was der Ravan jetzt dazu sagt. Der ist wahrscheinlich alles andere als happy damit. Bist du, hätte ich da hingehen müssen? Ne, hä? Achso. Hä? Toll. Achso, hier sind wir. Wow. Ich und Orientierung. Ein Mann namens Nassan kam zu mir. Wir trafen eine Vereinbarung. Ich bin überzeugt, sie wird vielen in Sonnenfall nützen. Alles durch ein gestohlenes Schwert. Man sagt ja, folge dem Schatten und du findest eine Flamme. Habe ich noch nie gehört, den Spruch, aber okay. Oh, eine Kiste. Darf ich das mitnehmen? Dankeschön. Wie ich hier die Leute einfach beklaue, weißt du? Und wir tun hier rum von wegen, oh ja und äh. Du darfst dir niemanden bestehlen. Schwert zurückgeben, etc. Und ich räume den Leuten hier die Hütten leer. Na klar. Das ist dieser typische alte Zelda-Style, aber auf dem nächsten Level. So.